Hey Leute, was geht? Ja ihr seht es richtig Leute, ich habe für euch wieder ein XXL Stream im Abonnentenzocken Format oder beziehungsweise andersrum, ich habe für euch Abonnentenzocken im XXL Stream Format für euch am Start. Ja Leute, diesen Samstag zocken wir mal wieder eine Runde zusammen und zwar diesmal verschiedene Spiele, also das worauf ihr Bock habt. Also ich werde Millionen mal gefragt, los Black Ops 2, los, let's go und so. Ja Leute, von mir aus auch Black Ops 2. Wenn ihr wollt auch mal GTA oder natürlich Leute, Star Wars Battlefront hat mich natürlich auf eine andere Ebene gebracht, beziehungsweise ich habe Star Wars auf eine andere Ebene gebracht, das sei mal klargestellt. Also Leute, diesen Samstag ab 13 Uhr geht es los, das Ganze wie immer im Motivationsstream, Abonnentenzocken Leute ist kostenlos, nur der Stream, nur die Streamverlängerung ist halt freiwillig. Und ja Leute, ab 13 Uhr geht es los, zwei Stündchen zocke ich mal ein bisschen Solo und ab 15 Uhr ist ein Abonnentenzocken, dann müsste jeder wach sein, Fairness halber immer so ein bisschen später, damit alles so fair bleibt, also 15 Uhr ist Abonnentenzocken. Und dann zocken wir verschiedenste Spiele, also ihr könnt erstmal zu mir in den Stream kommen und danach reden wir über das, was wir zocken wollen und ja, und dann legen wir los Leute, wir streamen den Samstag dann durch wahrscheinlich, so wie ich das kenne, wenn die Leute aktiv sind. Und ja, und dann sind wir auf dem guten Wege Richtung Battlefield 1 und anderen geilen, geilen Spielen, die kommen. Leute, vielleicht zocken wir auf Battlefield zusammen, mal schauen, worauf ihr Bock habt. Seid einfach am Start, natürlich ist es nicht schlimm, wenn ihr halt vom anderen Streamer kommt oder von anderen Communities, ihr seid herzlich willkommen, einfach nur vorbeischauen und einfach mitzocken. Mein Abonnentenaccount findet ihr in der Beschreibung, edit den, ich versuche die Leute jetzt, also mein Abonnentenaccount ist jetzt auch voll geworden, ich hatte auf meinem Hauptaccount noch 300 Freundesanfang, die ausstehen und mein Abonnentenaccount ist vor 2-3 Wochen sogar voll geworden, also 2 voller Accounts habe ich jetzt. Einen dritten Account mache ich erstmal noch nicht, weil so groß bin ich nicht, also ich mache erstmal diesen Account und leere ich, also die Leute, die passiv sind, die werden erstmal ein bisschen für neue Leute Platz gemacht. Edit mich Leute, wir sehen uns am Samstag ab 13 Uhr. Alle Infos findet ihr natürlich in der Beschreibung dann, um genau zu wissen, was abgeht und denkt daran, kostenlos Leute, Abonnenten sorgen. Let's go!